Liebe Freunde der Qualitätsjournalistischen Lernkurve, es ist Donnerstag, der 18. Februar 2021. Die 12 Uhr sind lange durch. Es dürfte jetzt so halb drei sein. Das Dresdner Corona-Dashboard wurde aktualisiert und es sind zwei Artikel dazu in den Dresdner Neuesten Nachrichten erschienen. Der so tägliche Hauptartikel mit den täglichen Corona-Zahlen von Einem oder Einärgewissen LC und ein weiterer Artikel von unserem geliebten Qualitätsjournalisten Thomas Baumann-Hartweg, den ich am 12. Februar in einem Video seiner Meinung nach angepöbelt hätte. Es hatte den Titel 6 aus 9 oder morbider Qualitätsjournalismus. Ich werde es am Ende des Videos als Infokachel ans Video dranhängen, sodass man sich das dann auch nochmal angucken kann. Und jetzt zu den heutigen beiden Artikeln. Also in dem Hauptartikel steht unter anderem, dass es neun weitere Sterbefälle gab, die heute vermeldet wurden. Und in dem Artikel wird erwähnt, dass der jüngste Sterbefall also drei Tage zurück läge. Das ist nie falsch, aber es ist halt auch nicht die ganze Wahrheit. Und jetzt lese ich mal als Statistikfreak ab, wie sich denn die Sterbefälle auf die letzten Tage und Wochen verteilen. Ein Sterbefall ist wie gesagt drei Tage her. Ein weiterer 6, einer 7 Tage, einer 8 Tage, einer 18 Tage, einer 23 Tage, einer 24 Tage. Dann haben wir vor 46 Tagen einen Sterbefall, der wieder gestrichen wurde. Derjenige ist also wohl von den Toten auferstanden. Das war jetzt Sarkasmus, Entschuldigung. Ein weiterer Sterbefall ereignete sich vor 50 Tagen, ein weiterer vor 66 Tagen und der älteste Sterbefall liegt sage und schreibe 67 Tage zurück. Es sind also drei Sterbefälle, die mehr als sieben Wochen zurückliegen und zwei davon liegen sogar mehr als neun Wochen zurück. Das muss mich auf der Zunge zergehen lassen. Das findet in dem Hauptartikel von LC, wer auch immer das ist, keinen Niederschlag. Was darin erwähnt wird, dass es im Februar, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, 44 Todesfälle gab. Auch das ist nicht ganz richtig. Es gab inzwischen wohl dann 53 Sterbefälle im Februar in 18 Tagen. Gemeldet wurden auf dem Corona-Dashboard aber über 150 Sterbefälle, die sich aber eben nicht alle im Februar ereignet haben, sondern eben größtenteils im Januar und teilweise eben auch im Dezember letzten Jahres. Was mich aber so richtig auf die Palme bringt, ist der Qualitätsartikel von dem Qualitätsjournalisten Thomas Baumann-Hartwig, in dem er versucht, den Spieß rumzudrehen und aus meinem Video vom 12. Februar mit dem Titel 6 aus 9 morbider Qualitätsjournalismus, einen Skandal zu machen, der sich auf die Stadtverwaltung und den Meldeverzug in den Ämtern bezieht. Das war nie Thema meines Videos, Herr Thomas Baumann-Hartwig von den Dresdner Neuesten Nachrichten. Mein Thema war Ihr vermeintlicher sogenannter Qualitätsjournalismus, mit dem Sie es nicht hinbekommen, auf diesen Meldeverzug hinzuweisen, der durchaus entstehen kann. Auch den kritisiere ich, aber den kann es geben. Aber wenn man es nicht hinbekommt, die Stadt insofern zu korrigieren und darauf hinzuweisen, dass dort 8, 9 oder sogar 10 Wochen alte Todesfälle so vermeldet werden, auch in Ihrer Zeitung, die Ihnen ja nie gehört. Sie sind nur einer der wenigen festangestellten Journalisten, der Rest sind freie Mitarbeiter oder ähnliches. Also die Dresdner Neuesten Nachrichten und der Herr Thomas Baumann-Hartwig kriegen es nicht hin, die Tatsache, dass viele Todesfälle schon Wochen und Monate zurückliegen, ordentlich zu berichten. Stattdessen wird der Eindruck erweckt. Es wird suggeriert, dass diese Todesfälle, ja, ein bisschen Meldeverzug haben, aber halt in den letzten Tagen passiert sind. Das entspricht nicht der Wahrheit. Und Sie wissen das. Und Sie haben auch eine kurze, kurzzeitige Lernkurve gehabt, indem Sie jetzt mal berichtet haben, dass es tatsächlich Meldeverzug gibt, aber so richtig gemeldet haben Sie das nicht. Und das werfe ich Ihnen vor. Und das auch zu Recht. Und wir werden sehen, ob ich kleiner Hobbyjournalist, der das alles ehrenamtlich macht, aber eben mit einer gewissen Genauigkeit und Akribie, oder ob Sie, der nun seit mindestens 15 Jahren im Dresdner Lokaljournalismus unterwegs sind, Sie kennen Hinz und Kunz, Sie kennen das halbe Rathaus, Sie kennen sämtliche Stadträte, im Zweifelsfall persönlich, und Sie sind einfach so verdammt nah dran an den Politikern und an der Verwaltung, dass Sie es besser wissen könnten. Aber Sie haben offenbar nicht den Schneid, sich mit den Leuten anzulegen und die Wahrheit zu berichten. Stattdessen verbreiten Sie gefährliche Halbwahrheiten. Und da lege ich meinen Finger in die Wunde und wir werden sehen, wer diesen kleinen, von mir angezettelten Bitchfight gewinnen wird. Ich kann Ihnen mitteilen, dass ich Sie schon mal gesehen habe, dass ich Sie auf 70, 75 Kilo einschätze und dass ich, auch aufgrund von Corona, ungefähr bei 100 oder 105 Kilo liege. Ich bin vielleicht ein journalistisches Leichtgewicht, aber da möchte ich nicht wissen, was Sie dann sind, Sie Qualitätsjournalist. Der Bitchfight geht weiter und Sie wissen ja, wie das ist mit den Schweinen. Leg dich nicht mit einem Schwein an, weil im Zweifelsfall suhlt sich das gerne im Dreck. Sind wir jetzt quitt? Habe ich jetzt schön gepöbelt? Für Sie tue ich alles.